Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Bullshit Samstag auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Und heute in diesem Bullshit Samstag möchte ich nun die Frage klären, denn viele Leute haben ja nun immer meine Kochvideos gesehen und sich vielleicht gefragt, Brocken, wieso benutzt du für Obst, für Fleisch, für alles einfach dieses geheime Brotmesser? Ja, da möchte ich euch nun einmal die Geschichte zu erzählen, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Ja, das Ganze fing 2017 eigentlich an. Ein ganz guter Kumpel von mir, den ich schon seitdem sehr, sehr lange eigentlich kannte, bei dem wurde eingebrochen. Er kam dann zu mir an und meinte, Dennis, bei mir wurde eingebrochen und die haben meine Wohnung irgendwie verwüstet und mir Sachen weggenommen. und ich meinte so, hä, wie jetzt? Ja, kannst ja mal vorbeikommen. Okay, ne? Ich meine Sachen gepackt, bin ich also zu ihm hin. Und dann haben die, ich weiß nicht, wie mit einer Eisenstange oder so, haben die ihn halt so lange auf diese Holztür geschlagen, bis da wirklich so ein richtiges Loch drinne war, wo die anscheinend durchgeklettert sein müssen, die Einbrecher. Gut, dann dachte ich mir so, ja, what the fuck, ne, alles kaputt. Und dann hat er mich halt gefragt, hey, Dennis, wie sieht denn das aus? Du hast ja eine Drei-Zimmer-Wohnung, könnte ich bei dir vielleicht für so zwei, drei Wochen unterkommen. Ich meinte so, ja, klar, ne, ist kein Thema, kannst du machen, habe ich gesagt, kannst gerne dann unterkommen, dann passt das. So, dann habe ich das Zimmer, wo ich jetzt hier die ganze Zeit immer sitze und auch meine Streams aufnehme, habe ich halt komplett ausgebaut, also sozusagen den Schreibtisch weg. Ich habe hier halt noch links von mir immer noch ein Sofa, so ein Ledersofa, wo sich zum Beispiel, ja, Kollegen, während ich zocke halt hinsetze, habe ich halt alles ausgebaut, habe das Sofa genommen, habe es halt in ein Schlafzimmer in eine Ecke gestellt, habe den Schreibtisch genommen und habe den Schreibtisch halt in der Stube aufgebaut, sodass mein Kollege so sein Bett, einen kleinen Schrank und sowas zumindestens hier in mein Zockerzimmer reinstellen konnte, dass er zumindestens eine kleine Unterkunft hatte. Ja, gut, das Ganze war dann auch erstmal für mich völlig in Ordnung, dass ein guter Kumpel von mir auf jeden Fall bei mir unterkommt. Gut, ja, eine Woche später meinte dann mein Kumpel irgendwann zu mir so, ah, von mir ist ein guter Freund und eine gute Freundin, die auch zusammenwohnt, die wurden aus ihrer Wohnung rausgeschmissen, weil die Stress mit ihrem Vermieter haben, könntest du denen helfen? Ich so, wie soll ich denen helfen? Ja, du hast doch noch zwei Zimmer, könnten die nicht bei dir irgendwie unterkommen? Das wäre irgendwie voll cool. Ich so, oh, ich so, Digga, ich so, ich habe nur noch meine Stube und mein Schlafzimmer. Ja, könntest du das Schlafzimmer nicht vielleicht irgendwie abbauen? Und ich so, ja, okay, sag ihm Bescheid. Ich helfe auch deinen Freunden, mein Bester. Ja, dann habe ich mein ganzes Bett sozusagen abgebaut und alles und habe das halt alles unten so ein bisschen in den Keller verstaut und ja, die kleinen Einzelschränke, die ich im Schlafzimmer stehen hatte, in die Stube verfrachtet. Hieß, ich hatte also in der Stube, ja, ein Riesensofa drin stehen, ich hatte da voll viele Schränke drin stehen, mein Schreibtisch, mein PC, mein Fernsehen drin stehen und alles. Also mein Einzimmer war einfach quasi mit zweieinhalb Zimmern gefüllt und es war einfach so eng, dass ich mich halt quasi in meiner Stube einfach nicht mehr bewegen konnte, was mich natürlich ein bisschen hier und da auf alle Fälle natürlich erstmal genervt hat. Gut, dann ist der gute Benjamin, hieß er und Alina, hieß sie, also die Freundin von dem Typen. So, die sind dann einfach mal hergekommen zu mir und haben dann sozusagen mein Schlafzimmer bewohnt. Ich meinte dann zu allen dreien, ja, hier, hör zu, ich gebe euch hier drei, vier Wochen maximal so, sucht euch bitte eine Wohnung, ich möchte auch gerne wieder bei mir meine eigene Wohnung sozusagen für mich alleine haben. und auch den ganzen Platz meiner Drei-Zimmer-Wohnung nutzen können. Ja, ja, machen wir und trotzdem vielen Dank, dass du so ein gutes Herz hast, Dennis und so, ne, war auch alles cool. Ja, und dann vergingen drei Wochen, dann verging ein Monat, dann vergingen zwei Monate, dann vergingen drei Monate. Ich meinte dann irgendwann zu denen, ich so, hey, hier, ne, es sind schon drei Monate rum, ich saß, ihr habt euch einfach irgendwie immer noch keine, immer noch gar keine Bleibe gesucht, habt ihr denn irgendwie ja nicht mal Bock, euch endlich mal eine Wohnung zu suchen? Ja, äh, wir haben nach Wohnungen gesucht, aber nicht passend ist gefunden. Ich saß, äh, ich so, wie? Ich saß, ich komm von der Arbeit, ich saß so, ihr sitzt hier. Ich saß, ich hab die Frühschicht auf der Arbeit, ich komme nachmittags nach Hause, ihr seid hier. Ich saß, ich hab die Spätschicht, ich komm abends um, ich komm abends gegen halb acht nach Hause, ich saß so, ihr seid hier. Ich saß so, äh, ich saß so, äh, wo wart ihr denn Wohnung? Und gucken, ja, auch bei dem einen, da war so ein alter Mann der Vermieter und wir wollen nicht da einziehen, da ist so ein alter Mann. Ich saß, das ist mir scheißegal, ob das ein alter Mann ist. Ich saß, ihr zieht da auch langsam ein, ne? Gut, ne? Die so, ja, ja, wir gucken, ne? Dann vergingen vier Monate, dann vergingen fünf Monate. Dann wurde ich langsam richtig brastig, weil die nach fünf Monaten immer noch keine Wohnung gefunden haben und anscheinend auch nichts gesucht haben. Aber ich hab gesagt, hör zu, ihr habt jetzt noch einen Monat Zeit, ne? Dann seid ihr hier einfach mal draußen, dann habt ihr einfach Pech. Und wenn ihr irgendwo sonst wo langsam wohnt, ne? Ich so, wenn ihr meint, ihr wollt mich verarschen, dann habt ihr einfach Pech. Ich saß, ihr habt gesagt, ihr sucht euch eine Wohnung. So, dann bin ich zu meinem besten Kumpel gegangen. Nach fünf Monaten hab ich gesagt, so, ihr habt jetzt noch genau vier Wochen, du hast jetzt noch genau vier Wochen, dann bist du hier raus. Ich saß, du scheinst dir keine Wohnung zu suchen. Guckt er mich an? Ey, ich bin dein Kumpel, Mann. Lass mich da noch ein bisschen hierbleiben. Ich so, du hast gesagt, du willst hier so ein, zwei Wochen vielleicht. Ich saß, jetzt bist du hier schon fünf Monate. Ich saß, wo suchst du deine Wohnung? Ja, gar keine Wohnung, Bock und sowas zu suchen. Ey, ich bin dein Kumpel. Ich saß, hör zu. Ich saß, wir sind gute Kumpels. Ich saß, aber trotzdem hast du noch vier Wochen Zeit, dir eine Wohnung zu suchen. Dann bin ich rübergegangen, hab im Schlafzimmer angeklopft, hab dem Benjamin und der Alina den beiden gesagt, hier, hör zu, ihr habt auch noch genau vier Wochen Zeit. Dann seid ihr hier einfach draußen. Ich saß so, ihr sucht euch anscheinend ja keine Wohnung. Doch, doch, wir machen alles, aber wir finden nichts. Ich so, ja, ist okay. Ja, hab ich denen halt ein Ultimatum von vier Wochen gestellt gehabt. Ja, dann war ich gerade, bin ich halt auf die Arbeit gegangen nochmal so ein bisschen. Nachdem die vier Wochen rum waren, war ich auf der Arbeit und hatte dann die Frühschicht und bin dann nachmittags, ja, nach Hause gekommen, sozusagen, also nach Hause gegangen. Hab ich eine gute Freundin getroffen, die meinen besten Kumpel kannte und die wohl auch diesen Benjamin und auch die Alina kannten. Und dann hab ich mit der halt gesprochen und so, die meinte so, hey, Dennis, so, hi, grüß dich. So, dann meinte ich so, ja, ne, ich so, der Jascha, der sucht sich keine Wohnung. Ich so, dieser Benjamin und die Alina, die suchen sich da auch keine Wohnung. Erzählt die mir, ja, die suchen sich ja auch gar keine Wohnung. Ich treffe die immer mal wieder, da sitzen die dann in der Innenstadt am Park, da holen die sich ein Bierchen, weil die hatten auch jeder, hatten also hier zwei Hunde. Ja, dann setzen die sich in den Park, hat die gesagt, trinken die ein Bierchen und dann kamen die einfach wieder und haben immer so getan, manchmal so, als wären die unterwegs gewesen. Die waren ja auch unterwegs dann, so, die haben jetzt mir noch gesagt, ja, wir suchen eine Wohnung und waren ja dann auch mal draußen, aber halt sehr selten. Und, ja, und dann haben die sich einfach nur in den Park gesetzt und haben einfach Bier getrunken und haben gar keine Wohnung gesucht, sondern haben eigentlich mich nur verarscht die ganze Zeit. War ja mir dann egal, so, ich hatte denen das Ultimatum gestellt. So, dann war es Sonntag, dann bin ich halt am Sonntag halt zu denen hin, habe sie gesagt, so, denkt dran, meine lieben Freunde, morgen ist der letzte Tag, morgen zieht die aus, ja, ja, können wir alles machen, sagt sie. Mein bester Kumpel damals, der Jascha, mit dem ich auch nicht mehr befreundet bin, sagt, ja, ich habe da was gefunden, das ist zwar hier ein bisschen weiter weg, so 15 Kilometer auf dem Dorfe, aber das nehme ich, die Alina und der Benjamin sagen, ja, wir ziehen zu meinem Vater, sagt die Alina, der hat noch ein bisschen Platz, da können wir vorher erst runterkommen. Ich sage so, ja, ist in Ordnung. So, ich Montag, also, schön zur Spätschicht gegangen, komme abends nach Hause, schließe meine Tür auf, als erstes fällt mir auf, meine ganzen Feuermelder liegen auf dem Boden. Ich so, okay. Ja, ich will, mach klack, 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 will den Lichtschalter anmachen im Flur. Ich so, Licht geht nicht an. Ich, mich nochmal umgedreht, stand ja noch quasi fast in der Haustür, umgedreht, habe den Sicherungskasten aufgemacht, gucke, alle Sicherungen sind drin. Ich so, okay. Ja, nichtsdestotrotz dachte ich mir, ja, kann ja eigentlich nicht so schlimm sein. Dann, so, ne, ich, ins Bad gegangen, Licht geht nicht, Licht weg, Handy genommen, meine Lampe mit dem Handy angemacht, dann haben sie mir erstmal im Flur und im Badezimmer haben sie mir die Glühbirnen rausgedreht, weggenommen. Also, die waren auch, lagen nirgendwo, überall lagen die Feuermelder auf dem Boden, die waren alle abgeschlagen, die sind aus der Halterung gebrochen. Ja, dann haben sie an dem Wasserhahn im Badezimmer unten, da ist immer so ein Sieb dran, ne, so, haben sie abgedreht, war weg. Ich so, ja. Ich so, okay. Ich so, was soll ich machen, ne. Das erste, was ich dann gemacht habe, ich bin in mein Zimmer, das habe ich immer abgeschlossen, die Stube sozusagen, meinen Schlüssel genommen, klack, klack, Stube aufgemacht, Jacke ausgezogen, erstmal die Jacke aufs Sofa gelegt und bin sozusagen mal durch die Wohnung gegangen. Ja, dann bin ich erstmal ins Schlafzimmer gegangen, gucke rein, überall Müll, ne. Da war überall nur Dreck und halt alles, was sonst so war, war halt einfach komplett verwüstet. Dachte ich mir, hm, okay, ja. Dann hatten die aber von mir noch mein Sofa bekommen, was ich jetzt hier gerade im Zockerzimmer stehen habe. Das hatten der Alina und der Benjamin bekommen. Ja, da haben die dann mit dem Messer das ganze Leder aufgeschnitten, diese Penner, muss ich mal sagen. Die haben den Arsch da reingeschnitten mit dem Messer, haben also das ganze so verruiniert. Ich so, ja, okay. Ich so, super. Ja, dann bin ich ins Zockerzimmer, wo ich jetzt sitze, hingegangen, auch da. Einfach der ganze Müll und Dreck lag alles auf dem Fußboden von denen. Und ich so, ja. Ich so, very, very nice. Gut. Ich dachte mir erstmal nichts dabei. Ich gehe in die Küche, mache Licht an. Tada, Licht ging an. Ich gucke, liegen da erstmal Dreck, Müll, Essensreste, alles auf dem Fußboden. Habe ich das erstmal so ein bisschen zusammengefegt, zusammengeschrubbt und in Säcke gepackt. Dann fällt mir auf einmal auf, what the fuck, mein Kühlschrank ist weg. Ja, war mein Kühlschrank weg. Ich gucke in meine Schubladen rein, meine ganzen Töpfe, meine ganzen Pfannen sind alle weg. Meine ganzen Auflaufformen sind alle weg. Meine ganzen Teller, Tiefenteller, Flachenteller, Suppenschüssel, dies, das, alles was Geschirr zu tun hat, ist weg. Ich mache meine Schublade auf, alle meine Messer, meine Gabeln, alles ist weg. Mein ganzes Messerset, ich hatte wirklich ein Messerset für alles. So ein Filetiermesser, ein Brotmesser, noch ein richtiges, noch ein anderes. Ich hatte so ein Hackball für Fleischhacken, ein Kräuterhackball. Ich hatte ein Käsemesser, ich hatte, keine Ahnung, alleine so 15 verschiedene Messer. Ja, das Einzige, was mir geblieben ist, ist dieses Messer hier. Denn das lag in dem Fall, lag es sozusagen in meinem Zimmer, was ich abgeschlossen habe, lag dieses Messer. Ja, da hat mein bester Kumpel und seine besten Leute, weil ich die rausgeekelt habe sozusagen, weil ich einfach die nicht mehr hier haben wollte, nach sechs Monaten haben die mir alles geklaut. Die haben einfach meine ganze Küche leer geräumt. Wie gesagt, ich kam nach der Arbeit wieder, mein Kühlschrank war einfach weg, mein Essen, was ich hatte, dann ist mir dann irgendwie aufgefallen, was auf dem Boden lag. Das war halt einfach mein Essen, also so mein Brot war das zum Beispiel, meine Wurst, mein Käse. Ja, die haben einfach die Verpackung aufgerissen und das auf den Boden geworfen. Ja, und somit hatte ich dann am Ende einfach gar nichts mehr. Mein ganzes Besteck, mein alles musste ich neu holen. Ich zu meiner Mutter, ich sagte zu der so, ja, weißt du noch, Jascha und so, ja, ein Kumpel von dir. Ich sage so, der ist bescheuert. Ich sage so, auch diese Alina und der Benjamin, die sind voll durchgedreht. Ich sage so, ich komme von der Arbeit nach Hause. Ich sage so, was sehe ich da? Ich so, Kühlschrank weg, Pfannen weg, ganzes Geschirr, Messer, Gabeln, alles ist weg. Ich so, meine ganze Tassen, meine ganzen Gläser, ich so, einfach alles von weg. Ja, und so entstand dann halt einfach, dass ich dann irgendwann einfach zu faul war, muss ich auch gestehen, nochmal was zu kaufen, weil ich mit dem Messer dann einfach angefangen habe, weil ich am Anfang erstmal nichts hatte. Wie gesagt, das ganze andere Messerset, was ich da hatte, das hat irgendwie 300 Euro gekostet damals. Also, die habe ich alle einzeln so gekauft gehabt. So, da hat jedes Messer dann mal so hier 20 Euro Messer, hier 50 Euro das Messer. Habe ich halt alle so einzeln gekauft und habe die dann alle so einzeln in meiner Küche aufgehangen und hingelegt und sowas ordentlich. Ja, und die waren dann weg. Ja, und dann in der Not habe ich dann halt alles so ein bisschen umgebaut. Ja, und in der Not musste ich halt erstmal mit diesem Messer klarkommen. So, und ja, ich habe natürlich auch damals schon mit dem anderen Messerset das immer so gehabt, dass ich mit dem Messer mit der glatten Klinge immer abgerutscht bin und mich sehr oft selber auch geschnitten habe. Ja, und seitdem benutze ich halt einfach nur noch dieses Brodmesser für alles. Das ist so mein Allzweckmesser. Das erinnert mich halt einfach, ja, an diese Notkrise, an diese Krise, als mein damals bester Freund und sein Freund und diese Freundin von ihm mir alles genommen haben. Alles. So, ne. Mir war einfach, ja, mir ging scheiße. Ich musste mein ganzes Geld, ja, erstmal wieder sammeln, ne, so für die Küche. Meine Mutter hat dann gesagt, ja, ich gehe mal los, ich gucke mal, ne, hat mir meine Mutter ein ganzes Set wieder mittellern und so noch zu mir zukommen lassen, ne. Ein Kumpel hat mich dann ein bisschen unterstützt, da habe ich mir einen kleinen billigsten Pisskühlschrank habe ich da. Der hat nicht mal einen Gefrierschrank, Leute, nichts. So, weil ich einfach dachte, so, okay, ne, mein ganzes Geld, so habe ich gerade nicht, um mir wieder einen großen Kühlschrank und alles leisten zu können. Und diesbezüglich saß ich dann halt einfach da, ja, und hatte mir erstmal dann, ja, ne, eine neue Pfanne geholt, neue Töpfe geholt. So alles nur Billig-Sachen, ne. Also die Pfanne jetzt, die habe ich dann immer wieder eine neue, etwas hochwertigere Pfanne gekauft für 60 Euro, ne. Aber ansonsten so diese Töpfe, die meisten so, ne, da habe ich dann auch zwar für die einen ein bisschen mehr bezahlt, aber manche Töpfe, die haben Zehner gekostet, einfach weil ich dachte, okay, ne, ich will jetzt, ich habe jetzt erstmal nicht so viel Geld wieder gehabt zu dem Zeitpunkt und, ja, musste dann erstmal gucken, wie komme ich überhaupt jetzt über die Runden und wie kann ich überhaupt mir Sachen kaufen, die mir was bringen. Und das ist im Großen und Ganzen einfach die traurige Geschichte, ja, hinter diesem Messer. Ja, warum ich aktuell nur dieses Messer benutze. Und, ja, das ist auch wieder so ein Grund einfach, wie schon in dem FAQ gesagt, dass ich damals wegen meinem Vater, dass der mich hat ja versterben lassen, dass ich dem nicht vertrauen, da einfach kein Vertrauen habe. Und das hat einfach auch schon wieder mein Vertrauen hart gebrochen. Ich kannte den jungen seit, boah, jetzt lasst mich nicht lügen, ich habe den kennengelernt zu meiner Einschulung 1998 ungefähr, habe ich ihn kennengelernt gehabt. So, und ihr müsst euch halt überlegen, 1998, das waren 19 Jahre. Ja, nach 19 Jahren von einem eigenen Kumpel, ja, ne, der dann auszieht und der ist ja mit denen gemeinsam ausgezogen, der hat das also auch mitgekriegt, dass die 100 Pro und auch er wahrscheinlich, ja, mich beklaut haben. Und der hat einfach nichts gesagt, nichts gemacht, sich nie wieder bei mir gemeldet, mich WhatsApp geblockt und, ja, eine sehr, sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Und seitdem, ja, ich vertraue immer sehr weniger, immer weniger Menschen vertraue ich, weil mir wird immer das Vertrauen gebrochen und dann werde ich beklaut. Und ich sitze da und komme hin und habe einfach gar nichts mehr. Ne, und das war einfach die traurige Geschichte meines Lebens so, was mich auch sehr, sehr schockiert hat, dass man mir einfach alles quasi, ja, genommen hat. Also die ganze Küche sozusagen halt auf jeden Fall genommen hat. Und hätte ich wahrscheinlich meine Stube oder mein Zimmer nicht abgeschlossen, wer weiß, vielleicht hätten die mein Fernsehen genommen. Vielleicht hätten die mein Sofa genommen. Vielleicht hätten die alles genommen. Vielleicht hätten die auch dieses krasse Brotmesser mir noch genommen. Und, ja, das war das, was einfach so traurig war, dass sie mir einfach alles genommen haben, was einfach geht. Und zum Glück habe ich dieses Zimmer abgeschlossen gehabt und da konnte nichts draus geklaut werden. Die haben also auch nicht aufgebrochen. Das war sehr gut, dass sie die hier nicht irgendwie eingetreten haben oder mit irgendwas kaputt gemacht haben. Fand ich auf jeden Fall wenigstens dahin noch nett. Aber dass sie meine Küche ausgeräumt haben und ich nichts mehr hatte, war natürlich nicht so toll. Ja, nichtsdestotrotz sind wir hier schon bald seit 20 Minuten am Reden. Ich bedanke mich natürlich an jedem Einzelnen, der wieder zugehört hat und sich dem Bullshit-Samstag heute gegeben hat und einfach mal, ja, die Frage sich gestellt hat, warum es überhaupt dieses ominöse Brotmesser sozusagen gibt. Was mich aber auch mal interessieren würde, habt ihr in euren Jahren, seitdem ihr, ähm, ja, lebt, auch irgendwas Schlimmes mit Freunden erlebt, dass Freunde euch enttäuscht haben, Freunde euch eventuell beklaut haben, Freunde euch, ja, auf irgendeine Art und Weise vielleicht verletzt haben, wo ihr sagt, das hätte ich nie geglaubt, es war einer meiner besten Freunde, den kannte ich vielleicht 30 Jahre schon und auf einmal, keine Ahnung, machte irgendeinen Scheiß und hat mir alles, mein ganzes Leben vielleicht versaut oder hat mir einfach, ja, die Freundschaft gekündigt, aus irgendwelchen Gründen. Wenn ihr das sagen möchtet, weil es ist ja auch dann sehr privat natürlich, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt, ob euch auch irgendwas in diese Richtung passiert ist, dass ihr von Freunden irgendwie, ja, schlecht behandelt wurdet und ihr sehr traurig darüber wart, wie ihr von euren Freunden am Ende behandelt wolltet. Wenn ja, schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das Video hier, ja, gefeiert habt und sagt, hey, cool, mal wieder einen Einblick in dein Leben und krass, was du erlebt hast und was für Freunde das waren, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.